Das ist ja irgendwie... Es ist ein bisschen früh, ich habe mich noch nicht eingesprochen. Und da komme ich hier an. Männer finde ich unglaublich schwer, aber zufrieden. Da tue ich mich. Bis dort, das High Five, da werde ich wahrscheinlich verklagt werden. Ja, das muss man wahrscheinlich. Oder statt da irgendwie meine Gewichte zu pushen, starten mich die ganze Zeit noch ein bisschen. Wann kommt das denn? Wir wissen, wie es weitergeht.